Der hat Spaß gemacht. Es war sehr kurz, knackig und gute Stimmung auf jeden Fall. Es war richtig cool, anstrengend, aber es hat echt Spaß gemacht. Ich würde es jederzeit wieder tun. Wetter hat ja zum Glück auch mitgemacht, also richtig gut. Jetzt erstmal wieder Verstärkung, noch ein bisschen Bier. Läuft! Ja, ich glaube auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es einen Spirit gibt, weil man hat ja auch dieses Warm-up und dann erst mal dreimal Aru und dann geht's los und jeder ist für den anderen da und es ist jetzt gar kein Einzelkampf oder so. Also ist auf jeden Fall ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Es ist eine schöne Atmosphäre, in dem Stadion. Ich mag die Atmosphäre. Ich habe diese fantastischen Leute gefunden und ich hatte eine sehr gute Zeit. Aber ich habe das Spirit-Thru und ich war nicht überrascht. Ja, das ist auf jeden Fall der Spirit vom Spartan Race und vom Spartaner. Hier ist eine richtig gute Stimmung. Die Leute geben hier alles. Hat echt Spaß gemacht. Jeder hat seine volle Kraft hier schöpfen können. Nichts! Ich bin wirklich. Ich bin Expedie. 있으 film ist, Ich bin Expedie Model 중. Ich binugel. Du wirst sie generieren so nahoi. Nee, der weiß nicht zu. Ich bin Warsaw ger quella же in Deutschland ist das Mission sehr schnell. Vielen Dank.